Ja, hallo, ich bin der Thomas Weber, ich bin Abgeordneter zum Wiener Landtag und Gemeinderat. Beim Schmusen. Ba, Baba Baba. Ich habe einmal einen Brief von einem ORF geschrieben, dass der Baba Baba nicht mehr gezeigt worden ist, wann denn endlich wieder der Baba Baba gezeigt wird. Möglicherweise war das mein erstes politisches Engagement, ich weiß es nicht. Nachtmensch, ganz klar. A Single Man, Tom Ford, großartig. Liebe in der ersten Sekunde. Haha, das Wetter. Am Himmel, Blick über Wien. Was soll ich da jetzt drauf sagen? Das ist eine schwierige Frage. Das weiß ich nicht. Was ich mir da rauspick. Warum kann ich da jetzt nichts drauf sagen? Schriftsteller und Weltreisender. Also ich wollte eigentlich immer irgendwie irgendwas tun, was mich in fremde Länder bringt und was mit Schreiben und Fotografieren zu tun hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.